Hey Leute, heute mit einem neuen Beitrag, der mir zugesendet wurde und an dem ich euch gerne teilhaben lassen würde. Also, Thema, wenn Dating komplett schief geht. H2BeerMan ist kein Dating-Kanal. Es geht hier nicht um Tipps in Richtung Menschen kennenlernen und von sich begeistern. Die meisten von euch, die das hier jetzt hören, kommen oder kamen aufgrund einer Trennung auf Florians Kanal. Entweder wollt ihr im Anschluss eure Ex zurück, einfach wieder glücklich werden oder, und das wird bestimmt der kleinste Teil sein, einfach euer Mindset nach vorne bringen und grundsätzlich im Leben weiterkommen. Aus meiner Sicht bzw. Erfahrung werden sich eure Wünsche, Bedürfnisse und Ziele mit der Zeit verschieben. Der Wunsch Ex zurück gerät durch eure Arbeit an euch selbst, an eurem Mindset und den Einklang mit der verstrichenen Zeit nach der Trennung nicht allzu selten völlig in den Hintergrund, da eure Sicht wieder klarer wird und ihr euch mit jedem Tag, mit jeder Aktivität immer besser kennenlernen werdet. Ihr werdet euch Stück für Stück aus eurer emotionalen Abhängigkeit herausarbeiten und feststellen, dass eure Beziehung doch nicht so perfekt war, wie ihr es euch von eurem Trennungsschmerz nach ihrem Schlussstrich aktuell diktieren lasst. Ihr werdet auch feststellen, dass sich bei aufmerksamen Zuhörern praktisch aus jedem Video immer wieder was Neues herausziehen lässt. Parallelen werden erkennbar. Die zugrunde liegenden Themen und Empfehlungen in puncto Dating lassen sich beispielsweise auch auf das Thema Ex zurück bzw. Erststreffen mit der Ex nach No Contact übertragen, weshalb ich mir vorstellen kann, dass Florian dieses Video hier veröffentlichen wird, da es Mehrwert für euch alle bieten soll und aus meiner Sicht auch wird. Durch verschiedene Beiträge hier bin ich ja bereits ein wenig bekannt geworden und das hier ist heute offengesprochen unter echten Schmerzen formuliert, da ich mich in eine Situation manövriert habe, die ich so nicht habe kommen sehen. Ich fühlte mich sicher durch viel Wissen, das ich angehäuft habe, die fokussierte Arbeit an mir selbst, positive Erfahrungen, das Gefühl, inzwischen stets die Kontrolle über mich selbst und mein Leben zu haben, zu sicher, wie sich noch herausstellen wird. Ein sehr guter passender Titel für diesen Beitrag könnte aus meiner Sicht daher ebenfalls sein, Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Wenn ihr weiter zuhört, erwarten euch mahnende Worte, Anregungen und mögliche Fehler, die mir vor kurzem passiert sind. Im besten Fall gelingt es euch durch eure hier nun investierte Zeit, solche Situationen sicher zu umschiffen, also bleibt dran. Ich möchte auch dazu ermutigen, über eure Situation zu sprechen und Florian, meinem Beispiel folgend, Beiträge für die Allgemeinheit zuzusenden. Klar hat er hohe Qualitätsansprüche, doch allein schon mit eurem Beschäftigen, mit eurem Schmerz werdet ihr weiterkommen, ganz sicher. Mir selbst riet vor einer ganzen Weile ein, sehr bekannter Speaker, Coach und Buchautor, auf meine Frage, wie ich mit meiner Vergangenheit endlich abschließen kann, meine Erlebnisse anderen zugänglich zu machen, mich mit meiner Narbe zu beschäftigen, sodass anschließend zwei davon profitieren. Jemand, der sich in gleicher oder ähnlicher Situation befindet und natürlich ich selbst, bedingt durch meine ganz persönliche Aufarbeitung. Hinigaya würde man dieses Prinzip in Japan wohl nennen, sagte er mir. Langes Intro, doch möchte ich noch eine letzte Empfehlung aussprechen, bevor wir starten. Egal ob Ex zurück oder neue Frau in eurem Leben, hört euch das Video Guide fürs erste Treffen mit der Ex an. Hier lässt sich unfassbar viel mitnehmen, dass ihr euch für die anstehende Interaktion mit eurer Person von Interesse zunutze machen könnt. Zuallererst, und das gilt jetzt einfach mal pauschal für alle, also auch diejenigen in festen Händen, setzt euch mit dem Thema Bindungs- und Beziehungstypen auseinander. In der Büchersammlung auf www.h2beerman.de findet ihr das Werk, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Seid ihr ängstlich, vermeidend, sicher? Das klingt irgendwie nach Brigitte, doch macht es einfach. Und schätzt, falls möglich, sogar euer Gegenüber einmal im Stillen ein, um jetzt schon feststellen zu können, womit ihr es zu tun habt. In jedem Fall verrät euch das viel darüber, wie ihr selbst tickt, welche Tendenzen ihr zeigt, wo ihr euch gegebenenfalls auch selbst vollkommen im Weg steht. Stolpert nicht über eure eigenen Füße und seid euch eurer Schwachstellen bewusst. Erkenne dich selbst, sagte Sokrates, und das darf gerne euer Leitmotiv in allen Lebenslagen sein. Weiter solltet ihr wissen, dass Beziehungsdynamiken der Beziehungsstempel nicht interessiert. Damit meine ich, meine eigenen Interaktionen mit ihr habe ich nicht mal als Dating betrachtet. Ich wollte diese Frau nicht fest und für immer an meiner Seite. Es war eher sexuelle Begierde im Spiel. Und doch sitze ich jetzt hier fett in der Scheiße und schreibe das hier, um mich da wieder rauszuholen. Ihr könnt euch selbst eine ganze Menge einreden und sagen, es wäre doch nur XYZ. Doch egal, wie ihr das Kind nennt, eure Gefühlswelt interessiert es einen verdammten Dreck, was euer Verstand sich da zusammenspinnt. Insbesondere Ängste lassen sich nicht mit Logik oder rationalem Denken sofort aus der Welt schaffen oder von Grund auf vermeiden, wie hier vermutlich schon jeder einmal erfahren dürfte. Unterschätzt das Thema Dating oder Treffen mit der Ex niemals. Hier passt das Beispiel Autofahren bzw. Führerschein machen. Glaubt ihr, dass die jüngsten Fahranfänger die meisten Unfälle bauen? Statistiken dazu, die ich mal gesehen habe, belegten, nicht diejenigen, die erst seit kurzem hinter dem Steuer sitzen, sind unvorsichtig. Viel schlimmer und gefährlicher sind diejenigen, die glauben es zum Beispiel mit 24 nun drauf zu haben und sicher zu sein. Ihr habt die Red Pill geschluckt und verstanden, dass Männer und Frauen unterschiedlich lieben? Prima, doch verlasst euch jetzt nicht darauf, dass ihr jetzt in allem safe seid und euch angemessen verhaltet. Schwimmen lernt man im Wasser. Die bloße Theorie ist zwar nützlich und hilfreich, doch seid unbedingt wachsam. Es geht nicht darum, dass ihr euch in Zusammenhang mit eurem Treffen so kirre machen sollt, dass ihr nachts schweißgebadet aufwacht und nicht mehr schlafen oder essen könnt. Seid ihr so drauf, solltet ihr das ganze Ding am besten überhaupt noch nicht angehen. Ihr müsst dafür überzeugt von euch sein. Seht bitte einfach zu, dass ihr euch nicht ausschließlich Gedanken darüber macht, ob ihr eine kalte Flasche Wein im Kühlschrank liegen habt oder was ihr eventuell kochen werdet. Macht euch nicht verrückt und bereitet euch gleich tagelang vor. Im Endeffekt wird es eh vermutlich ganz anders kommen. Doch mögliche Fragestellungen vorab könnten sein, sitzt mein Frame, habe ich mich selbst im Griff, wie viel werde ich von mir selbst preisgeben? Kann ich mit einer Zurückweisung wie, sorry, ich bin noch nicht so weit, umgehen oder wirft es mich komplett aus der Bahn? Gelangt es mir, mein Verlangen, meine Begierde, meine Ängste unter Kontrolle zu behalten? All das sind Fragestellungen, da müsst ihr aus meiner Sicht ran, damit das Ganze nicht komplett schief geht und ihr im Nachhinein schlimmstenfalls euch auch noch selber zerfleischt, weil ihr so oder so reagiert habt, weil ihr dies und das gesagt habt, euch hier und da nicht getraut habt und all solcher Mist. Für den Abschluss eures Dates oder Treffen mit der Ex möchte ich euch nahelegen, macht euch einen Plan, der verhindert, dass ihr in alte Muster abrutscht, schlimmstenfalls in eure frühere Bedürftigkeit. Seid ihr getrennt worden, ging vermutlich die damalige Anziehung flöten, da ihr unattraktives Verhalten an den Tag gelegt habt. Je mehr ihr sie auf dem Podest habt, desto uninteressanter seid ihr und das ist nichts anderes als die harte Wahrheit. Seid unbedürftig, bevor ihr wieder ins Spiel einsteigt. Ist der Mangel, niemand liebt mich, ich kann nicht alleine sein, ich will endlich wieder jemanden an meiner Seite, noch da oder gar nur unbewusst vorhanden, habt ihr schlechte Karten. In meinem Fall, es ist mir erfolgreich gelungen, lange Zeit der unbedürftige Mann zu sein und zu bleiben. Doch ein Kuss allein änderte das und damit hatte ich mein ganzes Verhalten und Denken nicht mehr unter Kontrolle. Der Kuss verdrehte mir den Kopf, setzte meinen Haben-Wollen-Trieb in Gang, vernebelte mir alle Sinne und katapultierte mich zurück in die Blue Pill-Matrix, in der ich wieder glaubte, durch was auch immer für einen Schwachsinn gefallen zu wollen oder zu müssen, damit ich weiterkomme. Nicht anzuecken, freundlich und nett zu sein. Verhaltet euch nicht wie ein Nice Guy, der was auch immer für sie tut. Und seid kein White Knight, der sie in ihrer möglicherweise auch nicht immer ganz einfachen Welt retten will. Und das auch womöglich noch ungefragt. Zurück zum angesprochenen Plan. Es kann sein, dass ihr aus Bedürftigkeit nach eurem wie auch immer verlaufenden Treffen völlig unruhig aufgekratzt, getriggert, was auch immer seid. Bleibt cool und lasst euer verdammtes Handy aus euren Händen. Habt ihr im Vorfeld herausgefunden, dass ihr ein ängstlicher Bindungstyp seid? Und habt ihr sonst erst recht die Arschkarte, da euch möglicherweise schon jetzt Verlustängste überkommen? Ist da eine Nachricht? Wann wird sie schreiben? Wann soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? Und so weiter. Macht euch am besten eine Liste mit Themen, denen ihr euch im Anschluss zu diesem Date widmet. Stürzt euch in Projekte. Prio Nummer 1 sollte sein, zum Sport zu gehen. Gebt ordentlich Gas, bleibt an euch dran. Jeden Tag Bewegung sollte es sein. Macht auf gar keinen Fall Ausnahmen. Wie Florian in anderen Videos bereits sagte, erst wenn euer Körper müde ist, wird auch euer Geist müde, eure Gedanken leiser. Verfolgt weiter euren eingeschlagenen Weg zum ernstzunehmenden Mann. Kümmert euch um euch selbst, geht shoppen, bringt eure Bude auf Vordermann, putzt euer Bart in eure verdammten Fenster. Das macht keinen Spaß, aber es hält euch beschäftigt. Trefft euch mit euren Freunden, sie sind wichtiger als eure Protestierte und gehören in der Prioritätenliste sowieso an die höhere Stelle. Seid gut zu euch selbst, kümmert euch um euren Körper, seht zu und tut alles, damit ihr ordentlich schlaft und regelmäßig esst. Lest weitere Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, spielt weiter eure Instrumente. Setzt euch Ziele für die verschiedenen Säulen des Lebens und bleibt dran. Doch warum rate ich das? Sitzt ihr nach eurem Treffen alleine da und euer Gedankenkarussell kommt so richtig auf Touren? Was habe ich gesagt? Was hat sie daraufhin gesagt? Wie hat sie hier reagiert? Wie hat sie da reagiert? Sollte ich ihr jetzt was schreiben, muss ich mich für irgendwas entschuldigen. Gnade euch Gott, das macht euch völlig kaputt. Ebenso ständig auf das scheiß Handy zu schauen, ob eine Nachricht angekommen ist. Stürzt euch ordentlich in eure Arbeit und bleibt in eurer Unbedürftigkeit. Bleibt euch selbst treu. Entscheidend sollte sein, dass ihr euch auf das Podest setzt und egal wie gut oder schlecht das Treffen lief, euch auch auf dem Podest haltet. Hilfreich hierzu kann auch Florians Kurs zum Thema Loslassen sein. Es geht nicht darum, dass ihr nun alles hinschmeißt im Sinne von aufgeben, das will ich euch hier gar nicht raten, sondern dass ihr viel mehr auf euch selbst aufpasst, damit ihr euch nicht in die allerschlechteste aller Ausgangssituationen begebt. Wird euch getextet, achtet auf echtes Interesse und habt dabei im Hinterkopf, dass ihr gerade möglicherweise eine völlig verzerrte Wahrnehmung habt. Bloß weil sie vielleicht schreibt, der Abend sei schön gewesen, heißt das noch lange nicht, dass sie mit euch in eine Beziehung will. Hört euch hier das Video Interesse richtig einschätzen und steigern an. Kein Doppeltexten, kein Overtexten. Und seid euch bewusst, dass ihr Interessenssignale seht, wo vielleicht keine sind. Da ist viel öfter als man so denkt der Wunsch Vater des Gedanken, weil sie vielleicht nett zu euch ist, um euch nicht zu verletzen. Verfallt nicht der Illusion der Aktion bzw. dem Action-Bias. Keine Ahnung, was das ist. Schaut mal auf die Shorts auf dem Kanal. Seid aktiv, ja, aber nicht in übertriebenem Maße in ihre Richtung. Kniet euch stattdessen in eure Arbeit und gebt hier euer Bestes. Ja, ihr dürft zu dem stehen, was ihr wollt. Und überlegt euch bitte vorher, was ihr eigentlich wollt und was ihr im schlimmsten Fall bereit seid zu akzeptieren. Schreibt sie euch, das Treffen war schön, doch mehr gefunkt hat es nicht. Und sie will weiter mit euch in Kontakt bleiben, weil es toll wäre. Herzlichen Glückwunsch, das ist der Wolf im Schafspelz namens Friendzone. Prüft für euch ganz genau, ob ihr das akzeptieren wollt, denn, ich hoffe nicht. Wollt ihr euch ernsthaft in eine Position begeben, wo Geschichten mit euch von anderen Männern geteilt werden, die eine Base oder gar mehr weiter bei ihr gekommen sind als ihr selbst? Stellt euch das doch nur mal vor, es wird euch tierisch verletzen. Macht euren Deal klar, definiert euer Angebot, was ihr zu geben bereit seid, was für euch tragbar ist. Nur so verhaltet ihr euch ernstzunehmend und glaubt nicht über die beste Kumpelschiene, vielleicht doch noch irgendwann etwas bei ihr bewegt zu bekommen. Menschen wissen in der Regel in Sekundenbruchteilen nach dem Kennenlernen, ob sie mit jemandem mehr wollen oder eben nicht. Begebt euch nach wie vor unter Menschen und zieht Kraft daraus, dass ihr auch weiterhin andere tolle Menschen kennenlernt. Andernfalls schießt ihr euch vielleicht zu sehr auf eine Person ein, mit der ihr keinen Blumentopf gewonnen bekommt. Freunde im Gym, mit denen ihr trainiert, sorgen dafür, dass ihr euch besser fühlt, dass ihr euch weiterentwickelt. Eure Couch und Mist in euch reinstopfen ist tabu, bleibt weiter an euch dran in allen Belangen. Zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Unterschätzt das Thema einfach nicht. Prüft für euch im Vorfeld, ob ihr im Worst Case mit Zurückweisung umgehen könnt, was insbesondere unmittelbar nach einer harten Trennung höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird, da euer Selbstwert ohnehin schon nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein sollte. Denkt an die Lehre aus dem Stoizismus, euren Fokus ausschließlich auf das zu richten, was ihr selbst kontrollieren könnt. Euch selbst. Ihr könnt euch gegenüber euch selbst dazu verpflichten, regelmäßig ins Training zu gehen. Ihr könnt eure Wohnung sauber machen und sauber halten. Ihr könnt und solltet jeden verdammten Tag euer Bett machen, aus Respekt euch selbst gegenüber. Seid es euch selbst wert, dass ihr gut zu euch seid. Es ist eure Aufgabe und einzig und allein eure Verantwortung. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas hier rausziehen und vermeidet damit eine Situation wie die meine, wo ich mich unter anderem durch das Schreiben hier gerade herausarbeite. Ihr könnt sie nicht kontrollieren. Klar könnt ihr durchs Texten Reaktionen erzwingen, beziehungsweise Kommunikation in eure Richtung. Doch ist das doch eigentlich überhaupt nicht das, was ihr eigentlich wollt. Ihr wollt echtes Interesse in eure Richtung. Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Discord-Moderatorin Melanie, die mir bei meiner Odyssee mit dem mir selbst eingebrockten Mist den allerbesten Beistand geleistet hat, den man, mit zwei N, sich vorstellen kann. Und wie immer an Florian, wenn er das hier einspricht und veröffentlicht. Und dass er so unfassbar viel Aufwand für diesen Kanal und die Community hier betreibt. Seid bitte alle wachsam und gebt gut auf euch Acht. Macht's gut und bis zum nächsten Video. !